Halle Hallelöchen und Willkommen wieder zurück zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Link's Awakening Und wir sind hier mit dem Teil der Macht und suchen nach Komet Wenn das sein richtiger Name ist, ich weiß nicht mehr Ha! Zack! Und... Ja... Mal gucken mal wen finden, ich weiß, ich hab keine Ahnung wo er sich befinden könnte Aber wir haben ein Herzteil... Ja, wir haben ein Herzteil gefunden, das ist ziemlich cool Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwo weiterkommen Ah tatsächlich Hier waren wir noch nicht Tamara Rainsberg Steinsimpf Zack Willkommen Du bist die Haben die Tü... Tü... Tü.. Tü... Tü... Tü den... Ok, sorry Hm... Ein Fisch im Wind ist kein Fisch und kein Vogel. Okay. Ein Fisch im Wind ist kein Fisch und kein Vogel. Verstehe ich nicht ganz. Warte mal. Das waren Bällen. Komm mit! Hey, was willst du hier? Jungs, wo seid ihr? Ich brauche Hilfe. Komm her. Komm her. Ich gebe es dir. Da. Komm mit! Ist das hier Komet? Ups. Komm schon. Komm mit! Oh, was ist das? Ein Miniboss oder so? Ah, da muss der Kopfgeldjäger sein, den Madame Miu Miu gesandt hat, um ihren Köter zu retten. Ah, ich bin auf dem richtigen Weg. Wir sollen jetzt erst mal das Däch retten. Was wollen wir nicht machen? Ja! Komm her! So kleiner. Oh, shit! Oh, nee. Komm schon. Ich will nicht sterben. Nein! Ja! Äh. Huh! Oh, nee. Sind wir egal. Zum Glück. Ist hier ein Komet? Komet! Ah! Du hast Komet gerettet. Ein feuchterregendes Vieh. Oh, ja! Wir können jetzt mit ihm rumgehen. Wir können mit dem Kassi gehen. Huh! Komet! Mach was! Das kannst du machen. Wir gehen Kassi mit. Komet! Das ist ja ein Furchtanflößendes Tier, was du da bei dir hast. Vergesst nicht das Musikinstrument im Schleimschumpf. Huhu! Okay. Hab's gewollt. Irgendwie mache ich jedes Mal wieder eine andere Stimme. Oh! Das ist doch Boris, oder? Bist du Boris? Ja! Du hast es auf diese Insel geschafft. Das ist beeindruckend. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Ist Komet gerade einfach gesprungen? Das war süß! Okay. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Ja, wir können es mal schauen. Ich bin Boris und meine Aufgabe ist es, Interesssachen der Qualität. Interessante Sachen auszubutten. Wenn du etwas Zeit hast, komm mich mal in meiner Hütte dort besuchen. Sehr gerne. Ähm, das ist deine Hütte. Sollen wir gerade hier... Was ist hier? Geh mir mal rein. Hmm. Okay. Hi, Boris. Hi, Boris. Ich bleibe hier, während du dich und deine Angelegenheiten fimmst. Aber lass mich nicht zu lange warten, wenn es geht. Ich... Was? Äh... Jetzt? Zuerst sagst du, ich soll zu dir kommen? Jetzt? Schickst du mich wieder weg, oder was? Ah, Boris. Entscheid dich mal. Mann, oh Mann. Immer dieselben Tuten drin. Okay. Äh. So. So. Komm mit, du hast den noch umgebracht. LOL. Alter. Ja, Schleimzumpf. Dann gehen wir mal zum Schleimzumpf. Ähm. Und zuerst gehen wir mal zurück zu... Madame Mio Mio. Mal das so weit. Huh. Können wir irgendwie... Ah, nee. Oder da? Können wir hier durch? Da? Was ist hier? Friedhof. Urungastippe. Oh. Das hätte ich dann einfach hier durch. Ah, nee. Hier kann ich nicht durch. Ah. Weil das ist nicht erstens. Oh. Oh. Ich dachte, es ist in ihm gut. Malen wir, oder so. Okay. Wir geben mal zum Friedhof. Wicke ist. Warte, ich bin bestimmt... Kann man die irgendwie verschieben oder so? Nicht? Normalerweise kann man doch wie immer verschieben. Komm schon. Ist doch kein richtiges Zelda. Oh. Oh. Nein, lass mich nicht Ruhe. Nein, 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 nein. Jetzt... Jetzt übertreibt es alle. Ah. Siehst du? Ich wusste es. Ha. Ah. Ich wusste doch, dass irgendwo was ist, dass man verschieben kann. Okay. was ist hier? So. Kann man hochgehen? Ja, toll. Wow. Das ist ja echt cool. Gut, dass wir das herausgefunden haben. Ich wollte was ausprobieren, aber... Nein. Aber... Gut. Okay. Ich brauch sie ja irgendwie... Keine Ahnung. Eine Bombe oder so. Vielleicht. Gut. Wir gehen mal wieder zurück. Das sieht ja einfach hässlich aus. So. Madame Miu Miu. Willkommen. Ich habe Komet gefunden. Ja, gut. Komet. So. Nein. Aha. Nein. Gut gemacht. Immer viel kleinen Leckerchen für Komet, Komet. Das ist ja toll. Also... Aber jedes Mal... wenn ich in die Mü... ins Mü pouvendorf komme, muss ich einfach einmal mitsingen. Ich... versteh sie eigentlich nicht. So, wo ist meine... Ah, bist du da? Merci, Muito bene. Du hast mir meinen kleinen Komet zurückgebracht. Aber, könntest du... mit ihm kurz XY gehen? Bin ich gleich. Ich bin gerade etwas unbe cavemet. Du tust es für mich, danke. Und jetzt? Toll, ich bin gerade Kasse gegangen mit ihm. Wir haben sogar eine ganz gute Runde gemacht. Möchtest du mit? Wow. Ups. Ähm. Ja, was soll ich machen? Hä? Oh, wir gehen ein bisschen Kasse gehen, oder? Gleich gerade hier unten. Kann man... Ups. Aber hier waren wir gleich. Ja. Wir müssen doch nicht hier hin. Gibt es vielleicht hier rechts noch einen... Weg oder so? Nein. Hä? Ah, sorry. Ähm... Ich verstehe es nicht ganz. Hm, 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 hm. Hm. Vielleicht gerade am Strand, so. Ups. So. Das ist das Haus. Das ist eigentlich hier... So. Hallo. Wie ist der drin? Alligator? Erwin. Erwin. Was ist denn du in der Hand? Nein. Das ist... Genau diese Dose... Fü... Ah. Er will mein Hund erfü... Warum willst du mein Hund erfü... Oh, danke. Gib es sofort her. Ah, es tut doch weh. Oh. Schmerz, schmerz. Oh. Das war gut. Äh. Ich... Es ist kein fairer Tausch, aber... Da hast du ein paar Bananen. Wumms. Toll, dankeschön. Cool. Geht mir eigentlich auch pflegen können. Theoretisch. Oder? Draußen gibt es doch Bananen. Ja, siehst du. Komm. Das ist ein... Ah. Was wetten wir? Der Affe will die Bananen. Aha. 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 Er hat einfach mal diesen Affen. Ja. Toll, ne? Aha. Aha. Er hat einfach den Affen getötet. Ich dachte, der kann mit mir die Bananen tausen. Okay. Gut. Äh. Okay. Also, äh. Warte. Ich schick's nicht. Hm. Komm, komm mit. Keine Zeit für... Krödeleien. So. Das kann ich nicht so geben. Oh. Ah. Aha. So, warte. Die brennen einfach. Das ist ja echt cool. Das kann ich dir nicht so geben. So. Hallo. Merci, danki. Ach Gott, sie waren immer noch mit mir. Gut, wo müssen wir... Warte. Habe ich irgendetwas Neues? Muss ich es ausblenden? Ah. So. Ah. Pin? Oh, wir können Pins anbringen. Ist ja lustig. Okay. Erinnerungen. Wir sind hier zum Schleimsumpf mit dem. Wir müssen gleich mit dem Schleim... mit dem Komet hier zum Schleimsumpf gehen. Weiß ich zwar gar nicht mehr genau, wo er ist. Ich glaube da reicht sie, oder? Ja, toll. Okay. Ja! Wurfgraben! Wurfgraben! Graben? Was meinst du mit Wurfgraben? Hier? Willst du auch hier graben? Wie soll ich denn graben? Hä? Wie soll ich denn graben? Bisschen scharfen oder so? Ich kann ja nichts machen. Komm, Komet. Du verschwendest meine Zeit. Wo muss ich hin? Ah. Oh. Wir müssen da hoch. Ups! Wir müssen da hochkommen. Komm. Wir müssen da hoch. Wir müssen da hoch. Wir müssen da hoch. Wir müssen da hoch. Wir müssen das Häppchen und dann... Ups! So! Das Ding ist... Soll ich schon wieder... Wo denn hier? Okay. Komm mal mit. Achso. Okay. Wir sind im Schleimsumpf. Wir schauen aber bei der nächsten Folge erst weiter, was passiert. Denn... Sie ist jetzt schon lang genug. Und... Ja. Ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Okay. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bitte bewertet doch das Video. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns dann. Tschüss. Und... Ciao.